Wir sind jetzt am zweiten Tag da und wir haben schon zwei Einheiten auf der Straße gemacht und es war echt cool. Wir waren eine kleine Gruppe, wo wir zusammen in vorn gegangen sind und wir haben ein super Grundlagentraining machen können. Ja, super, also ein Loschen vom Radlfahren her ist echt besser als erwartet. Wir werden auf alle Fälle ein Bestes geben, dass wir alle vorbereitet haben, da bin ich mir sicher. Also die Motivation ist schon riesig groß, weil es halt wirklich ein Traum wäre, mit meiner Schwester zusammen hinzufahren. Natürlich würde es mich freuen, wenn meine Schwester fahren könnte mit mir. Das wäre ein Traum und sie hätte es sich auch viel verdient. Aber das liegt jetzt ganz am Verband, was für die der Fokus ist. Natürlich hat es sich die Anna und die anderen auch verdient, ich glaube, als antrierende Olympiasiegerin. Wenn man die anderen Sportler dann so fleißig und motivierend beim Trainieren sieht, dann will man gleich wieder mehr machen eigentlich. Weil das jetzt wirklich dann so nah ist, so greifbar schon, also das kann mir eigentlich noch gar nicht so, also ich halte mich noch ein bisschen zurück, dass ich mit der Sicherheit, dass ich fahren kann und so. Also ich freue mich wahnsinnig und allein schon, dass wir jetzt da dabei sein können und alles, was noch können, ist, glaube ich, auch draufgekommen.